Aus was besteht dein Projekt? Mein Projekt besteht aus drei Säulen. Einmal die Informationen, das Buch, die Videos, Lektioner auf YouTube und die Gruppe zum Austausch auf Facebook. Zum Buch, da habe ich alle meine Informationen, die mir zugänglich waren, die ich auf all meine Schulungen bekommen habe, die habe ich immer gesammelt und jetzt kompakt zusammengefasst in einem kleinen Büchle. Das Buch heißt Friseur Basics, Manifest des Haareschneidens. Dazu habe ich jetzt auf YouTube die Videos gedreht, man kann ja nicht alles in ein Buch reinschreiben. Die Videos sind dann einzelne Lektioner, wo man die richtigen Handgriffe lernen kann. Das muss man sehr visuell, einzelne Lektioner kann man durcharbeiten. Der YouTube-Channel heißt Friseur Basics und zusätzlich, damit noch ein bisschen Leber in dem ganzen Projekt drin ist und was ich auch ein bisschen austauschen kann, Facebook, die Gruppe Friseur Basics. Hallo, mein Name ist Tatjana Wiest und ich studiere an der Uni Ulm. Mann.